Wie früh die Bambinos hier auf Mallorca mit der Kultur, mit der spanischen Kultur hier auf der Insel konfrontiert werden, sehe ich heute durch meine Kamera. Es hat mir Spaß gemacht, die kleine Gruppe der Bambinos zu begleiten und es war eine tolle Aufgabe, eine Sendeaufgabe hier, Kulturprogramm auf Mallorca. Sie hören jetzt auch mal die Lehrerin. Hallo, ich bin ein Lehrerin für 4-jährige Studenten. Und heute sind wir hier in Palma und wir sehen, ich weiß nicht, die Nativitäten, dass einige Pläne in der Stadt für Weihnachtsmann, ich weiß nicht die Worte. Nein, das ist okay, wir verstehen. Und das ist was wir heute machen. So, das ist alles. Danke sehr. Ja, toll erklärt, wie die Bambinos zu der Kultur, zur spanischen Kultur geführt werden. Mir hat es sehr gut gefallen und die Kinder haben hier ihre Sonnentage in ihrem Leben und natürlich, was noch schöner ist, Sonnentage auf Mallorca. Ungern verlasse ich die Grappelgruppe der Kultur, denn sie hatten viele, viele Fragen an mich. Was machst du? Was ist Fernsehen? Und warum sind wir hier dabei? Sie haben es jetzt verstanden und ich verabschiede mich und freue mich wieder, vielleicht mal so eine Grappelgruppe filmen zu dürfen.